So, nächster Programmpunkt. Ich habe eine schlechte Nachricht. Liat Megan konnte leider nicht zu uns kommen, aber ich habe noch eine viel bessere Nachricht. Carina Zeedbauer ist da. Carina hat mir erst erzählt, sie ist Botschafterin für Women in AI in Österreich und knüpft damit eigentlich inhaltlich perfekt an den ersten Talk an. Und damit darf ich schon übergeben an dich, du kriegst das Headset noch. Funktioniert das? Ja? Schon, oder? Super. Ja.